hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von atlas reactor mit dabei ist der schützenkönig subjam halloa und ich bin der selma und ich werde den rampart den habe ich mich noch nicht gezeigt und auch noch gar nicht gespielt ist mein erstes spiel mit rampart oh das wird nichts werden das wird sicher nichts werden ja und ich spiele mein lieblingscharakter lockwood mit dem ich bisher auch am besten spielen konnte der ist auch saugut also das ist echt super stark ich liebe es einfach mal die guten charaktere zu spielen war bei bei hier bei dem rennspiel auch so mit dem vor mit dem lockt ach so herr du meinst da ich auch mal den besten gespielt von der letzten folge richtig gefällt aber da habe ich auch echt gemerkt dass die choo choos plus keine streckenkenntnisse sehr schlechte kombination sind ich glaube schlechte streckenkenntnisse sind immer eine schlechte kombination ja das stimmt aber die choo choos haben einen weiteren driftradius was einen irgendwie fertig macht weil du dann wenn du dann die strecke nicht kennst und dich verfährst hast du bei weißt du bei bei shadow da kommst du trotzdem noch um die kurve da kannst du fahren wie du willst aber bei den choo choos musst du extrem gut fahren sonst verkackst du ja das stimmt und dann weißt du waren ja auch immer so kleine pistkanten an denen ich voll hängen geblieben bin ja aber ist egal so hat sich der flasst die wenigstens freuen können okay und die einige die ein oder anderen wundern sich wundern sich bei mir dass ich ein video von diesem spiel mache ich habe tatsächlich das spiel geschenkt bekommen ja bei dem alpha tester fand ich verdammt nett von ihm das stimmt und vielleicht kommt er heute noch mal dazu das weiß nicht die geschichte hinter sich auch witzig ich war die wand schon zu dritt und laden mich ein in die gruppe zu kommen und ich sage so an ich warte auf meinen besten freund und so und da gibt gab es ein bisschen diskussion ob einer von denen rausgeht damit wir zu zweit mit dem mitspielen können und irgendwann fragt dann so gefällt ein freund spiel ich so meine ich aber heute endet der letzte freie tag deswegen spiele ich auf jeden fall mit ihm also moment und fünf minuten später postet schicke mir den spiel so geil gewesen das war unglaublich also vielen dank und begrüßen dich ja du verstehst wahrscheinlich gar nicht was wir sagen aber vielen vielen dank ja das stimmt hier greetings degrees für das paradox ist erst erst grieche und sprich französisch oder das war der andere ich wollte schon sagen aber er ist auch über level 1000 also zum vergleich ich bin level 47 er ist über level 1000 ich bin level 10 oder so weiß ich gar nicht unsere charakterkombination scheint wohl gerade ungünstig zu sein keine ahnung ja lockwut das wird ja immer gene genommen ja das stimmt also geht los okay wir haben zwei schützen und zwei 3 war ja schon krass ich hatte heute ein spiel das war viel feier schutz gegen vier feier schutz super gut lachs an die hinlots nicht gut lache ich will immer geist schreiben aber ich habe immer geist paradox gut dann beginnt das match gleich ich bin sehr gespannt ich muss zugeben das spiel ist echt gut ja mir gefällt es auch sehr sehr gut an jedem da draußen ihr könnt es euch gerne holen ihr könnt auch über über mich ein drei tages kostenlos spiel code bekommen mittlerweile auch über mich sogar aber macht über mich kommt kommt immer zu mir das ist dadurch dass es geschenkt gekriegt das hast du mich ja um ein wie cool noch beschissen du bist viel zu abgehoben mit den zigtausend abonnenten nicht tausend er wusste voll abgehoben ich rede von dem anderen kanal ja dafür mache ich ja auch nicht er macht sich ja alleine doch du musst ja sagen du bist irgendeinen track irgendwo finden und den rein schieben ja das ist das findet man im internet zu tausend ja aber nicht die guten das ist ja die gute zu finden ist schwer das gute ist dadurch dass das dieser kanal ja so groß ist kannst du hast ja den vorteil dass selbst leute dich anschreiben und ihre tracks bei dir zeigen abspielen wollen ja das stimmt und wenn die tracks gut sind kommen die kommen die tracks sogar zu dir ist eine millisekunde vorbei an dem ding oder ist quay schon wo sie ihre scheiße hinschickt ich habe jetzt einfach mal auf die schmerzen ja ich treffe sie nicht egal wie es mache und dann gehe ich einfach mal hier hin jetzt habe ich geklickt und er hat den klick aber nicht richtig genommen die maus oder so jetzt habe ich den jetzt verbraucht leider auch da sind ja acht geschehen du bist hier der tank also ja hätte ich jetzt gewusst dass die alle da sind dann hätte ich jetzt was anderes gemacht und der nächste nächste typ ist hier links oben das ist sehr ungünstig ist naja egal 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 ja ja hätte die jetzt mal quer gemacht wäre besser gewesen oh schade der rennen könnte sein irgendjemand ist okay also jetzt sind wir alle hier gut dann mache ich jetzt meinen angriff hier und mach das mal so hier und laufe darüber weil ich komme ich komme ich stärke mich jetzt so ich glaube ich habe das jetzt richtig gesetzt ich kann es einfach nicht richtig sehen gerade es würde ich kann einfach nichts klappt bei dir alles perfekt ich hoffe du wärst das für deinen angriff nicht ab ne deiner geht auf jeden fall durch ahm ist der supporter ist weg das ist der andere abgebreitet bei meiner wand sehr schön ist ja heute der hund ist glaube ich um eine falle gelaufen ja das kann sein ja ich bin verbunden mit dem roten hier also in rot sieht aber auch cool aus sehr gut ob ich sie wohl zurückziehen kann dann kann ich mal den hund an der dürfte hat ja gerade kein dach stimmst du jetzt verbraucht denn nicht schon mal weg dann renne ich erst mal da ich werde wahrscheinlich von nix angegriffen und von dem grünen glibber vieh das kann sein aber gibt es nicht schön ist egal weil er konnte ja nicht weg erst nur unsichtbar der konnte sich ja nicht bewegen er ist oder er hatte oder hat seinen kette ist wer weiß das könnte sein und jetzt aber kann er kann er keine kette ist machen aber er ist doch erst weg ist mussten seine angriffe weg oder so glücklicher treffer das sind konnte ein doch holt weiß du kannst du mal daneben schießen und dann gibt es trotzdem irgendwie ja in dem fall war es ja glücklicher treffer aufgrund von die wir sind umständen auf den hund komme ich jetzt nicht auf den hund gekommen und habe ich jetzt mal hier den typen an ich schnapp mir mal diesen nix löst dass ich nicht weiß wo der auto köther hängt tja das ist die frage der wird wahrscheinlich weitergelaufen sein naja kann sein doch mal gucken was haben wir für gegner 237 siege hat der kleine supporter und unser mitspieler 300 siege er steht immer noch da ja ja ich habe am meisten schaden das ist so geil die die videos von denen sind richtig super diskutieren das ist das ist das steht der grey ja ja die ist rübergedasht wollen auge geht schlecht für mich aus naja muss da dachen rüber her du sack ja schön beim köther stehen bleiben 38 damit ich denke ich erst mal hier zum zum medikit naja ich komme nicht dran mein dash reicht nicht aus naja erstmal weg wird zwölf leben dann komme ich ja nicht um konnte ich sonst nichts mehr ich habe ich auch gespannt was kommt jetzt so naja ich bin auch gespannt da kommen wir mal mein buschen kommt und drei leute ich habe noch nicht einmal gesehen dass hier volle boost leistung waren drei lappen ist nie geschissen kriegen doch ich habe schon einmal gesehen und da waren es dann glaube ich 275 prozent bonuserfahrung weil es gibt immer noch mal ein bonus wenn vier und wenn acht machen und schuss verdammt der hund hat doch hier sein sein für seinen angriff hier war zu bei auf entfernung aber die macht nicht weil er gedacht ist das lobby oder was nein respekt sie wusste dass ich dahin will nicht schlecht also gut gemacht ja da konnte ich nichts machen ja darauf erst eintrinken ich habe schon denn ich habe schon mal ein finisher ich habe ihn auch fast ich bin leider der erste der gestorben ist habe ich jetzt gar nichts gemacht ich habe irgendwas nicht eingestellt anscheinend ja das ist das problem das erste mal irgendwas macht war das war denn ich oder so sehr gut ist nicht passiert also links ist gray und der külter ist ohne der külter sind einfach ein schlechter habe ich nicht eben wieder ach so ich muss dann bestimmt wie er um das schild ist das stehe nach macht jetzt so mache ich jetzt mal wieder was tröst ja gut Wegdashen kann ihr Grey nicht, weil da ist hier ihre Drohne, also... Ja. Na gut, wegdashen kannst du schon. Ja. Okay, der Hund ist nach links hoch. Aber der hatte über 100 Leben schon wieder. Ja, der hat sich das Millikit geholt, was ich mir holen wollte. Wo sie mich dann einfach getötet haben, die Penner. Aber jetzt stehst du genau in der Drohne, das ist auch nicht gut. Ja, ja, das ist halt so. Oh, jetzt sind alle da. Gell? Hm. Hm. Wo laufe ich jetzt? Naja. Ihr macht mal in der Mitte, ich guck mal, ob ich mich gut von hinten anstechen kann. Jo. Dann sollen erst jetzt alle mich angreifen und mich down machen. Mit 92 wurde es dann knapp, aber... Naja. Ah, jetzt hat sich verpinst, verdammt. Ärgerlich. Oh, jetzt kommt der Hund. Naja. 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 Na, nochmal 15 Schaden. Naja, leider. Oh, jetzt haben wir 200% Bonus. Ach, da ist sie tot. Na gut. Ha, ha, ha. Sehr gut. Der Angriff vom Hund ist echt super. Und der ist auch tot. Yeah. Der Köter musste ganz schön leiden. Als würde ich beim Köter stehen bleiben. Na egal. So. Ich bin gleich da. Ich laufe hier durch die Tarnfelder. Hier liegt hier Blut oder was? Ich glaube hier liegt Blut. Und nicht schlecht. So. Mach es mal so. Ich brauche unbedingt nämlich. Und rüste. So. Mist viel. Oh, er hat sich gefisst. Verdammt. Der Liegser. Oh, verdammt. Naja, gut. Jetzt soll ich einmal entkommen. Ja, jetzt kommt er aber nicht mal weg. Ja, ich glaube jetzt aber erstmal weg, weg auf die Heilung. Seinen Notfall-Teleport hat er glaube ich schon verbraucht. Das könnte sein. Dann schieße ich jetzt einfach mal auf ihn. Das ist auch so eine geile Melodie. Das stimmt. Also für jeden, der noch niemals Game of Thrones gesehen hat, ist das eine klare Empfehlung. Ja. Das stimmt. Oh, was? Wie wo ist denn der hin? Hat der jetzt doch seinen Catalyst noch. Ich dachte, der hatte den schon verbraucht. Hier. Dachte ich auch. Da ist er doch. Oh, da ist es schon. Oh, er hat doch zwei Leben, ey. Der Siegser. Jetzt kommt der Finscher, nein. Ah, ihr müsst wegen des Gitters jetzt auch persönlich zu. Oh, ich stehe mitten in der Drohne drin. Ist ungut. 20 Heilung. Love it. Wo sind denn die Gegner? Also rechts unten ist einer. Oh, hier rechts ist irgendwo der Quark. Wo wird der Hund hinrennen, ist die Frage. Aber... Wollt er nach oben rennen oder nach unten? Ich schnapp jetzt die sämtliche Heilung. Ich klaufe mir das jetzt alles zusammen. Ich frag mich, ob ich jetzt 20 Heilungen kriege im nächsten Flug, weil ich zwei Kugeln eingesammelt habe. Oh, da ist der nächste. Oh, der wird bestimmt seine Finscher. Ja, der wird immer so. Oh, sehr schön. Oh, vier zu eins, sauer. Ist wirklich Zerstörung gerade. Okay, jetzt die Frage. Ich bin so weit weg für meinen Dash, um ihn vernünftig zu machen. Ja, ich treffe... Ne, ist es riesig. ich treffe ich gar keinen oder alle ich könnte ich könnte zwei treffen hat ihr ob der grüne globa vieh da ist oder nicht ach komm ich habe dann haut jetzt nur auf mich ihren finisher aber ich riskiere es jetzt noch zur heilkugel da ist das grüne globa vieh jetzt treffe ich nur einen schau dann treffe ich ja ich bin ich bin ausgeglichen war doch eine gute entscheidung 68 er ist tot al capone das war's verbrechenshalts und da kommt es zu noch der ist meiner gewonnen gewonnen ich würde sagen für den sieg solltet ihr uns beiden einen daumen hoch geben und am besten gleich ein abo da lassen und ich hoffe euch hat die folge gefallen also ja bis zum nächsten mal cheerio